so ja wir sind jetzt im x-racer von plünder so jetzt geht es los ja eine wilde maus von maurer und söhne der zwinschlag wurde ja 2015 oder 2016 umgebaut meine güte die wilden maus kursen auf jeden fall schnell voll bremdruck ah oh oh huiiiiiii oh huiiiiiii huiiiiiii sehr schön! auf jeden fall schön schnell! xracer dankeschön! tschüss! xracer kann man nochmal von außen sehen. ja ist halt die klassische bauart einer wilden maus und ich finde es fährt schön schnell gerade um in den mauskurven kann man auf jeden fall mitnehmen. macht spaß! und auch durch das andere design setzt sich ein bisschen ab von der klassischen maus thematisierung ist auch mal was anderes tschüss! bis zum nächsten Mal! bis zum nächsten Mal! bis zum nächsten Mal!